Es ist ein schöner, sonniger Tag und die vier Freundinnen sitzen im Café Speedy. Ich finde es schön, dass wir endlich mal wieder zusammen im Café sind. Ich auch. Was hättet ihr denn gerne? Wir überlegen noch. Okay, ich komme gleich wieder. Komm, wir geben der Kellnerin ein Rätsel auf. Habt ihr überlegt? Also ich mag keine Cola. Ich nehme ein Wasser. Ich trinke nichts Kaltes und freue mich auf meinen Windbeutel. Wir nehmen das Wasser und die Nusstorte nicht zusammen. Zum Streuselkuchen nehmen wir den Apfelsaft. Wem muss ich denn jetzt welches Getränk und welchen Kuchen bringen? Ich bekomme Streuselkuchen und Apfelsaft. Ich kriege das Wasser und den Pfannkuchen. Ich nehme den Windbeutel und einen Kakao. Cola und Nusstorte, bitte. Ich habe über Nacht geschickt. Untertitelung des ZDF, 2020